Es ist eigentlich schon fast voll. Also wir haben lange, lange an der Straße gewartet, bis wir auf den Parkplatz durften. Fünf Euro das Parken. Steckt zehn ein. Gib's Trinkgeld. Cheers. Ja, es ist MPS, MPS. MPS 2019. Lohmühl. Ich habe mich ein bisschen im Absatz hingestellt. Letztes Jahr war ja alles voller Matsch gewesen und dieses Jahr sind richtig viele Leute da richtig viele Gewandungen. Richtig schön. Richtig schön. Viel Spaß bei diesem Video. Ja, der Christian wieder. Ja. Guck mal, komm her. Du bist ja so. Alles gut bei dir? Ja. So eine kleine Kamera. Ja, die macht ganz große Bilder. Ganz viele Bilder. Und dann kann ich es in den Kondi durchführen. Ja. Bist du zufrieden hier mit MPS? Lohmühl, ja. Ich bin gerade erst gekommen. Ich bin ja so 20 Meter erst hier drauf und ich weiß es noch gar nicht. Aber es sieht doch toll aus. Sehr weibflächig. Habt das Dreck dran, was für mich gut ist? Ja. Fand ich auch sehr schön. Ich war in den hinteren Bereich. Das sieht ein bisschen da abenteuerlicher aus. Hier ist es mir zu doll Unlockstedt mäßig. Stimmt. Flache Aria, also ein bisschen Sportplatz. Aber letztendlich war alles voller Matsch hier gewesen, ne? 2018. Okay, jetzt ist es ja schön trocken. Das Wetter spielst du nicht. Ja. Es kann bei dem Wetter nur gut werden, oder? Ja. Ja, natürlich. Ja. Vor allen Dingen, man muss sich wundern, man findet hier so viele Bekannte, die man immer gesehen hat, immer so grüßen. Und man weiß nicht, wie die heißen, oder sowas, ne? Ich hoffe auch, dass ich da heute nicht sehe. Aber man schnackt mit dem. Und das ist toll. Und jedes Mal haben die sich dann auch ein bisschen verändert, und so. Ja. Ja. Ich will weiter. Ich will da hin. Die sind neugierig. Ich bringst hier was im Krieg. Ich habe schon ganz, ganz viele Bilder gemacht. Von meiner Frau und irgendjemanden, den ich gar nicht kenne. Und ich darf ihn nicht hochladen, weil denn meine Frau möchte ja nicht gezeigt werden. Entweder zu zeigen? Ja. Wollen wir da zeigen? Nein, 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 nein! Ich habe gerade meinen Papa getroffen. Das Bild blende ich gleich ein. Und er meinte, da sehen wir uns so ähnlich. Guckt euch das Bild an. Wir haben gerade das Ritterturnier gesehen. Das war wirklich sehr charmant und sehr lustig. Ein großes Kompliment an die, die das da organisieren und schauspielerisch ursprünglich. Ganz toll. Ich habe gerade zwei Umarmungen bekommen von zwei wildfremden Männern und ich muss sagen, war schön. Das muss ich sagen. Jetzt bin ich schon eine Weile unterwegs und habe noch nicht einmal was doppelt gesehen. Ein paar Gruß hier. Richtig schön. Bis dann. Ich zeige euch was. Das ist so der richtige Bilderrahmen für mich. Ich zeige euch. Echt toll, so man. So, kleines Fazit. Es ist richtig gemütlich heute. Richtig schön, tolle Gewandlungen. Ich habe mit einigen Leuten schon ein nettes Gespräch geführt. Also wirklich ganz toll, heute hier zu sein. Ganz liebe Grüße an Sascha, an Anne, an Flo, alle, die heute nicht konnten, eventuell morgen gehen und ich hatte ganz, ganz viel Spaß. Ruhe. Übers amph dauert sich, wo kann man können. wo dann Meeting Bin Da COM t Hey, kann ich ein Foto mit euch machen? Ich bin ein Foto mit euch, ich bin ein Foto mit euch. Die sind immer noch kleiner als jung. Einfach in die Menge halten und genießen. So ihr Lieben, das war für mich MPS 2019 Lobülen. Ich hoffe, das Video hat ein bisschen Spaß gemacht. Gebt gerne Daumen nach oben. Und wenn ihr mögt, abonniert meinen Channel. Ich wünsche euch was.